Servus Leute, so diesmal, Old Stuff in Test, eine alte Knallketten, eben Celebration Cracker Ketten von Red Lantern, eben damals als österreich Feier-Event, Importeur, sieht man schon ein fett Feier-Event, 1000 Shot Cracker, ja, sieht man schon ein gestopftes Zeug da. Das ist dann schien nass, vor allem, es waren noch die Kranen damals, ja, und mit Herz, mit richtigem Herz, mit gefülltem Herz, also mit Herzmann, eben, das ist B, Old Klasse 2, Michael Rehak, GmbH, M. Vorarlberg, eben 1000 Schuss, ich glaube, was waren da, da glaube ich, das waren die 700 und 300, die im Herz oder so, falls ich es noch weiß, hauen wir es einmal durch, dann raus einmal mit dem Folienzeug da, da schauen wir mal die Schnur zum Aufhängen, das gebe ich dir, wahrscheinlich, dass wir da nicht den ganzen Müll liegen lassen, dann schauen wir mal, da schauen wir mal, die gute, dünne Kabel, ne? Ne. Dann gebe ich dir das auch noch schnell, dann müssen wir jetzt gleich noch eins schauen, wo da, der Anfang ist eh wahrscheinlich da, hau? Äh, schon, weiß ich es gar nicht. Ja, schauen wir mal. Du kannst ja leicht kommen, jetzt probieren wir mal die Schnur da aufziehen. Ah, geht eh leicht. Dann gebe ich dir einmal die Schnur, dann schnappen wir uns die Schnur auf der anderen Seite. Immer gut einpackt, aber so gehört es auch. Ja, ich muss ein Stücketätigkeit machen. Ja, was meinst du denn, wenn du den auf dem Boden pflegst ohne die Schnur? Ja, ja, dann hast du die Gagge, ne? Und dann ist... Dann macht es schon gar nicht mehr so viel Spaß, außer du zündst ihn einfach raus, so wie es ist, ne? Ja. So. Schauen wir einmal. Lecker Knallaus. Da ist sie schon. So geht sie los. Die Rumpel. Jetzt muss ich gerade aufpassen, dass sie mir nicht klar sind umgekugelt. So. Boah, schau. Ja, je, je. Ja, wir müssen es eh rollen, ne? Der Rolli ist immer schnell, oder? Ja, ja. Ah, nicht weit. Fehl. Dann tun wir halt so. Schau, schöne kompakte Hälfte. Weil du ist echt, schau, massiv steigenpakt. Da sind schön noch die Böller drin, ne? Ja. Oder auch die Kracherle. Da ist auch eine graue Zinschnur. Vom Feinschen, ne? Möchtest du ein bisschen Seitenansicht, oder? Ja, wir wollen eh da in der Nacht bleiben. Ja, sicher. Ja, dann horzen wir sie einmal an. So, schauen wir mal, wie es tut, oder? Ja, ich sage mal so, das Zeug ist ja wohl noch vom Feinchen, oder? Total! Das geht richtig auf die Ohrmascheln. Aber ja, ich sage mal so, das war's gewesen. Also, bis zum nächsten Mal und Servus!